Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir den 4. Februar 2023 und es ist Zeit für ein Chili-Update. Und hier seht ihr zweimal die Joe's Long, einmal die und die daneben auch. Und die beiden hinteren, das sind Cayenne. Hier hinten in der Ecke ist die Flasche mit Leitungswasser zum Gießen. Genau. Hier da haben wir die Havanero und die Lila Luzi, die 3 und 4. Ich weiß, da steht Wasser drin, aber da habe ich zuvor erst gegossen. Genau. Bei der Lila Luzi sieht es nicht so besonders gut aus. Genau. Und bei der Havanero sah es bei der anderen besser aus. Aber hier bei der Frequenz sieht es bei der Havanero auch nicht ganz so geil aus. Genau. Und die Peter Pepper, das ist leider erst mal nichts geworden. Die habe ich dann heute früh nochmal neu ausgesät. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst die Glocke läuten. Und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge. könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zu sagen.